Onkel Gustav Gustav, oh alter den hat's Den hat's durch den Zaun geschickt Zwei Mann, die springen drüber und kommen in die Richtung Na gut, wo ein Fettklops ist, können auch zwei sein Jetzt ist es weg morgen Oh Dummes Schwein Jäger Oh ja, stimmt scheiße Also Achtung Schlagen tot, warte Mit Schluckes Oh Entschuldigung Was denn? Zum Glück hast du nicht geschossen, alter Dann hätte mal ein Peter in Flammen gestanden Entschuldigung, ich war gar nicht Ich höre eine Flieseschlampe da vorne Nein Okay, hier drin ist er nicht hast du geschossen doch man fall um du blödes stück bei den hühnern noch so eine lampe so es gibt grillhändel brathändel meiner das ganze doch von der wiesel also wo gehen wir hin? heilwasser kirche oder der wand entsch? warte lass mal kurz gucken ich soll sagen der wand entsch? ja den blöden mörder konnte ich nicht leiden wie hat der mit dem kasten? der ist auch schon gestorben ja ja ich bin müde, hat nicht schon külter genau den habe ich ja hasst alter der auch so schwul angemalt war oi auf volle breitseite gesicht ich bin ja unten im gepisch lass auf alter lass auf durch die wand am arsch ey wieso wer ist da wo ich sitze alter? da will mich doch verarschen pass auf das sind hinter vier und hinterm zaun die siegen zwei mann ok die springen drüben und kommen in eine richtung wo ist der? die sind beide über den zaun ohne rechts und links jawohl sauber ich sehe die bot da nicht mehr ich sehe die bot da nicht mehr ich sehe die bot da nicht mehr aber eine leiche ist sicher nichts jawohl nein scheiße der war richtig gut von dir naja ist doch so die aber schon mal das ist das ist nur einfach kugelschützer auch in den docks ist nie was los alter aber da können wir ja ein bisschen messerarbeit verrichten schön den schädel eingeschlagen soll ich den hinweis aufsammeln da vorne ist ein feuer typ hast du den haben wir noch da holen die würde ich sagen oder ja es ist einer schlag ihn zu brein nicht dass er mich entdeckt hat und da ist die fliegenschlampe soll ich abknellen und schon geht es weiter zur fliegenschlampe hat sie dich erwischt aber es ist bloß umgekotzt sie wollte gerade schlägt ja dann komm vom weg runter bis in so entdeckung den ungefährlichen habe ich übernommen den ungefährlichen habe ich übernommen da da noch umgestiefelt ist ja hier ist ein hinweis einsammeln oder nicht wieder zurück nach hast du den auf den püpp auf die füße gehauen naja lassen wir an den scheiß hinweis losenstation oder goldermorgen also freundlich durchs feuer naja losenstation oh da hingen gerade die schossen links von uns wo will der hin hier könnte doch eine kasse stehen alter das ist doch ein bahnhofsgebäude da werden noch tickets verkauft ich habe eine falle platziert also goldermorgen oder wie ja aber sei vorsichtig aus der richtung wurde geschossen oi der will was tun warum das brauchst du medikit da drinnen stand eins komm mit ich weiß zwar jetzt nicht mehr genau wo aber da drinnen war eins hier ist es ach cool oder ist das nur ein fettklops der ist ziemlich laut fettklops na gut wo ein fettklops ist können auch zwei sein jetzt ist der sigmo dummes schwein hat mich angefackelt hier ist der durchgang Jäger Gibt's noch? ich hab's noch ich hab's noch schieß alter scheiße ach fick die hände mann so bleib cool alter bleib cool renn schnell rum da willst du eine dusse aufheben so er kommt von hinten warte warte heb mich auf schnell heb mich auf achtung jetzt kommt er von links 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 schwein fixe mit der armdurst ach ja gehen wir gleich mit der grange oder? mhm nein bitte sei doch bei dem unser kotze im strahl warum weil ich da raus weg mit der verdammte matz schwein ach so ok jetzt ist man jetzt gerade echt Kann ja, ich hab ne Axt. Oh, warte. Gutspapa, komm ja, komm ja. Na ja, ist er nicht drinne, glaub ich. Ne? Dann gehen wir jetzt zu, im Schlachthaus. Hier ist ne Fliegenschlampe. Ja, Schlachthaus, hört sich gut an. Also Schlachthaus, wenn er da nicht ist, dann ist er krank. Schlechter muss im Schlachthaus sein. Ey, Beine hauen! Oh, Alter, ich... Hä? Mich hat die Tür rausgeschoben? So ein kleines Medipäckchen irgendwo. Ich nehm jetzt den Ring mit. Wenn ich schon mal hier davor stehe. Onkel Otto! Onkel Gustav! Oh, Alter, den hat's... Den hat's durch den Zaun geschickt. Oh! Das ist ein ganzes Lippkett. Aber hier ist ein Medikit. Oh, Jäger in der Nähe, Alter. Der Ring ist rebellisch. Ja. Du hast den Medikit? Ja. Nix von mir braucht. Bitte, 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 bitte. Achso, Mann, die Sonne, das ist voll. Hä, wieso das? Da waren Jäger in der Nähe, Alter. Die müssen ziemlich nah gewesen sein. Wir haben's gekriegt. Okay. Die können eigentlich nur von links kommen. Da rechts ist der Dicke. Hier ist unser Pizzer. Pfeffer. Du hast da eben. Aber nicht tot, Girl. Dann los da hier mal rein, den knall mal ab. Kilo vor, die Gepäckung. Cool. Einer ist noch da. Mist, in der Falle getreten. Oh nein, Vorsicht, Ass, Ass. Wenn du hochkommst, rechts gleich. Hier sind die Treppen. Er ist jetzt nach hinten durchgelaufen zu seinen Kameraden. Schnell. Ich will ihn retten. Da ist er. Alter. Ach, das war ärgerlich. Fuck. Ich bin am Kurven. Ich bin am Fenster stehen. Aber schön, dass du den weg geholt hast. Aber schön. Ja, ich hab einfach deine Mitstange durchgeschmissen. Ja, das war sehr nice. Willst du mit Rudolf? Mhm. 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 Mhm.